Tag, ja ich zeige euch mal eben kurz wie man in Google Plus sowas ähnliches wie private Nachrichten machen kann Also das was auch relativ effektiv ist und zwar man schreibt ganz normal Post und zwar drückt man dann entweder Add oder Plus Ich nehme jetzt einfach mal Plus, gibt dann den Namen ein an dem man was senden will, weil ich keine Freunde habe, schicke ich an mich selber So, dann sucht man das hier aus, so dann wird das hier auch schon hinzugefügt, dann schreibt man da seine Nachricht, Hallo Mann oder so Dann geben wir noch Share, dann bekommt derjenige halt das angezeigt und bekommt oben eine Meldung, man wurde getaggt in einem Post So hat man halt was ähnliches wie eine private Nachricht Ja, das war's schon, ich hoffe euch hat's gefallen, ansonsten bleibt so wie ihr seid, euer Franz, euer TruexMedia, es macht was ihr wollt und haut rein